ja hey willkommen mein name ist an die rolle p und ich begrüße euch zurück zuletzt bleibt jetzt auf der serie ja ja höchstwahrscheinlich vor dem finalen kampf und ja schöne ich wollte eigentlich schon in der letzten woche hier das projekt hier also nicht beenden aber wesens den letzten boss und so weit alles hier erledigen aber dann musste ich natürlich krank werden mich erkälten und ja da ist ja kälten ich habe eigentlich mehr halsschmerzen gehabt und deswegen war es mir nicht möglich vernünftig zu reden ich habe immer noch ein bisschen kloß im hals aber das ist jetzt nicht anders so schlimm was ich letzte woche hatte also ja so ein dreck und das finale ein bisschen verschoben aber was soll es jetzt stehen wir hier ich bin mit jedem charakter noch mal kurz ein bisschen trainieren gegangen auf level 85 habe hier und da ein paar sachen noch gemeistert mit wer wird habe ich glaube ich nur einen titel bekommen ja mit kämpfen verbrachte zeit 1500 minuten das war es glaube ich und ja es geht genau ich habe mit magilo level 20 erreicht beim kochen und dann ist irgendwie es geht aufgeploppt hat gucken wir uns an ich glaube es heißt meister küchen magilo da gucken wir uns noch vor dem finalen kampf an mein gottes wer wird und die beiden geschrumpft ich bin da ich bin sie ich bin Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das Wurf. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich daran erinnern darf. Ich weiß nicht. Wenn man die Menschen zu essen macht, dann muss man die Waffen oder die Waffen auch das wichtiges sein. Das ist wichtig. Und ich weiß nicht? Ich weiß nicht... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Fii, wenn der Käse Lüge der Kräste nicht zu machen, dann würde ich nicht zu essen essen essen. Was gibt es? Wenn man sagen würde, wenn man auch wirklich zu essen... es war gut aber noch ein bisschen aufgelockert vor allem finalen kampf fragezeichen und ja ich nehme mal an ja das ist ein letztes gebiet weil uns noch fehlt das hat sternchen da ist wir können endlich gegen arthur aus kämpfen und die welt retten und so weiter und sofort und die nominat die ganze steuerung vergessen hier hätte woher theaterius wartet ja aber rein noch ein platt jetzt kommt noch ein ganzes gebiet wieder aufhören haufen ihrer wie sich gefunden haben das hat schön da ist der finale kampf gewinnen artur ist und die nominat gleichzeitig oder hintereinander mal schauen und da sind sie beide wir müssen gegen beide auf einmal kämpfen hi Okay. Das war's für mich. das ist ein pokal auf dem griff was gar nicht dann noch die 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 ich war so nah dran das ganze spiel war ich bin so nah dran das ganze spiel ich bin so nah dran das ganze spiel ich bin so nah dran ich bin so nah dran Das ist so. Diese dumm ist, dass ich in der Welt die Welt umgebrachte und die Welt umgebrachte. Dann lass mich doch mal! Wie geht's, Arturius?! Ich bin eigentlich nicht so. irgendwie lustig wenn wir in der katze irgendwie den kampf gewinnen ich bin ich bin ich bin Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ok 97 wenn ich auf den höchsten schwierigkeitsgrad ich meine ja wo ist mario da wer hat orius doch gott mario schon vor gott ja das ist der höchste schwierigkeitsgrad das ging ein bisschen zu schnell entschuldigung ich müssen alles teile irgendwie so ein ich glaube wir sollten dinge hier als erstes erledigungen nominat aber weniger ap und weil die ganze zeit zaubert muss nicht sein schlitz 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 gibt es doch nicht bestellte und erledigt hatte alter ist hat planänderung mit alles teiler und alles teiler dadurch wird der kampf zwar ein bisschen länger gehen aber ob so bier damit wir der kampf war eben schon drei jahre dauern aber was soll es das ist doch nicht wenn wir hier drauf geht doch nicht wahr sein kontakt weiter wie soll man denn das schaffen auch damit man teuer mystiker hat was hat kein übrig vor der hauptschule gewichtiger alt hat der level vermarkt sich gleich eigentlich schon die attacke stimmt der hat da schon mal eigentlich damals da soll ich den kampf überhaupt noch weitermachen der verdammte typ mit seinen über stark hier typ er ist nicht gerade so viele probleme haben wir auf denen losgehen das stimmt ja auch noch gibt es ja ich hatte uns so schnell für dich machen ja hallo ich muss mal erst taue geht das hier nicht ziehen in drei ab 2 die dritte einmal so lange kann man irgendwie nicht dramatisiert links seien zielisierung zustand da ist aus ja ich habe nicht ich bin gar nichts ab wann bist du tot warum kann ich nicht absorbieren sehr gut und auf den auch noch sehr gut ein sehr langer kampf sein ich habe da absorbiert man alter geht ja eigentlich ab er schon wieder leicht tot was ist denn hier los mann da auch mann alter wir sind viel zu schnell tot wegen diese pisse nicht fast hat einfach nicht wenn wir so auf die fresse kriegen von leben damit alles teile und so wenn wir noch den losgehen der macht uns zu sehr fänden wir sind schon okay auf der nicht so ab wie ich mir vorgestellt habe wir kriegen in der telepathie alter ist gut man ich krieg noch nicht mal annähernd von den abgezogen hat ich muss ja echt weiter trainieren ich habe nicht den zu erledigen so wir müssen ändern wir sind viel art verteidigung wir haben schon 700 und so als wir haben eigentlich schon riesen ja schon riesige art verteidigung man muss ich trainieren ich muss immer noch weiter trainieren da gibt es noch nicht das ist ein bisschen dämlich da ist diese woche kann ich hier nichts wieder hochladen außer diesen einen part hier wo ich nur verfristet krieg ich habe alle zwei gewünscht war jetzt haben wir die ganze zeit wir können nichts machen ich habe doch absorbiert man ja konnte da muss nur einen super starken zauber landen und wieder alt tut ich nähe jetzt nicht doch mal da kommt sie ja immer an wie sie alle tut ich kann nicht am leben bleiben das problem ist alles teiler ziehen wir so gut wie nix ab der versalzt mir jetzt gerade irgendwie den abend hallo noch ein draufsetzen und noch weiter trainieren ich dachte eigentlich mit level für macht sich vielleicht voll überpowered jetzt einfach nicht wir haben diese optionalen ich habe irgendwie gedacht die würden ein bisschen schwieriger sein 4000 auf der aufnahme kommt noch 4000 er hatte noch 4000 hp übrig alles weg was ja wir kommen hier nicht weiter leider sieht so aus als müssten wir doch ein bisschen weiter level mit uns meine ich mich das heißt diese woche werde ich dieses projekt auch noch nicht abschließend ja sie dort bis level 100 hier hoch level und ich war ich habe echt gedacht level 85 da würde ich den voll entschuldigung würde ich den vollen niedermetze diesen kampf schon irgendwie versauen dem ich irgendwie zu stark bin aber nur dann kommen die junge ecke und dann habe ich hier mit einer attacke weg mit alles teile alter ich glaube ich muss echt bis level 100 ich muss echt bis 100 trainieren das ist das ist jetzt nicht mal ein scherz jetzt irgendwie na gut ich weiß nicht wann ich diesen party hochlade wahrscheinlich irgendwann so in der woche oder wir mit samstag ich glaube ich dass ich bis weil sie jetzt nicht mal nicht irgendwie wieder aufnehmen wenn ich irgendwie diese woche noch hier mehr zustande kriege ich werde nie im leben für ich habe jetzt für weil sie nicht drei level die habe ich heute erst angefangen zu level weil er mit 82 ab bis 85 gelevelt und lange hat gedauert hier mit so pausen dazwischen irgendwie so bestimmt drei stunden oder so ne ne solange ich glaube ich nicht auf 15 level ist ganz schön viel aber muss ich wohl machen weil ich mit dem schwächkeitsgrad ganz bestimmt nicht runterschrauben hallo und ja ich werde hier schon auf den höchsten schwierigkeit schaffen okay weil sie nicht da mehr in der nächsten folge hier mit level 100 antanzen und denen dann die beiden dann ja vollkommen zerstören ob wir sind dann immer noch zu schwach für die jahr gibt es doch einfach nicht ja das war dann das war es dann von mir für diese woche haben wir eigentlich mehr vorgenommen aber anscheinend vielen dank für zuschauer möchte hat gefallen hat aus irgendeinem grund hinterlass noch mal ein like ein abo ein kommentar oder sonst irgendwas und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder tschüss